Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Michael und heute wieder mit dabei ist die Anja. Hallo. Hallo. Und wir sprechen heute endlich weiter über die Gargoyles. Unsere letzte Aufnahme ist für uns, gehört schon, ich glaube, drei Monate her so ungefähr. Gefühlt, gefühlt, ja. Aber es ist tatsächlich gar nicht so lange her. Aber ihr, lieben Hörer, ihr habt natürlich das Glück, dass ihr nicht so lange warten müsst. Genau. Denn wir haben uns entschieden, das jetzt mal hier regelmäßig zu machen. Und wir nehmen es auch regelmäßig auf. Also werdet ihr ab demnächst, also im Oktober werdet ihr es jetzt hören, dann im November die zweite Woche. Und ab November, jeden Monat die zweite Woche, werden wir eine neue Folge Gargoyles-Besprechung rausbringen. Denn wir sprechen über Disneys, Gargoyles, die alte Serie, ja genau, und gehen chronologisch durch alle Folgen durch. Genau. Und damit ihr Hörer auch noch ein bisschen besser jetzt Übersicht habt über unsere ganzen Podcasts, da gibt es jetzt eine sehr, sehr schöne Übersicht, die der Michael zusammengestellt hat, wo man für den Monat immer sehen kann, welcher Podcast wann läuft. Genau. Wenn ihr unseren Social-Media-Kanälen folgt, diversen Social-Media-Kanälen, einmal im Monat posten wir ein schönes Bild mit einem Redaktionsplan, damit ihr auch keine unserer Sendungen mehr verpasst oder wie bisher einfach überrascht werdet, wenn morgens irgendwas Neues rauskommt. Und für alle, die uns heute vielleicht zum ersten Mal hören und die anderen Folgen nochmal reinhören möchten, wo findet ihr uns? Ja, ihr findet uns auf nerdizismus.de, da findet ihr alle Links zu allen Kanälen, auf denen wir vertreten sind, Spotify, iTunes, Google Podcasts und Social Media, denn bei Social Media könnt ihr uns fleißig folgen und schreiben und uns kommentieren, denn wir möchten euer Feedback hören. So könnt ihr nicht nur Facebook, Twitter, Instagram uns schreiben, nein, wenn ihr möchtet, könnt ihr uns auch ganz klassisch eine E-Mail an info-at-nerizismus.de schreiben oder eine Sprachnachricht oder Textnachricht auf WhatsApp an die Nummer 01525-964-7709. Ich hoffe, bis zum Ende des Jahres habe ich diese Telefonnummer schon mal auswendig gelernt, damit wir nächstes Jahr nicht mehr ablesen müssen, aber die könnt ihr euch auch gerne mal aufschreiben. Wir freuen uns immer über nette Nachrichten von euch und ja, dann geht es heute weiter mit den Episoden 6 bis 10. Genau, 6 bis 10. 6 bis 10, ja. Ja, und da haben wir die Episoden, erstens der Reiz der Jagd, auf Englisch The Thrill of the Hunt, ich finde es übrigens schön, dass bei den ganzen Gargoyles-Übersetzungen der Episoden sich jemand mal Gedanken gemacht hat und nicht das so scheiße übersetzt hat. Die Folge Nummer 07, Die Verführung, auf Englisch Temptation, Nummer 08, Ein tödliches Geschäft, Deadly Force auf Englisch, Nummer 9, da hat man sich, nein, da ist auch gar nicht Freiheit, Macbeth tritt auf, auf Englisch Enter Macbeth und die Folge Nummer 10, Kopf-an-Kopf-Rennen oder im Englischen The Edge. Ja, genau. Ja, ich meine, die ersten Folgen waren ja wirklich der Pilotfilm, den wir da hatten. Und jetzt, was wir jetzt bekommen, ich habe mir das so schön aufgeschrieben in meinen Notizen, ja, Awakening, die Awakening 1 bis 5, war so für uns die Einführung in die Welt der Gargoyles. Gargoyles, das hat so ein bisschen die Ambitionen der Serie gezeigt. Und jetzt im Rest der ersten Staffel, das ist die Folge 6 bis 13, konzentrieren wir uns darauf, so die Welt auszubauen, die Charaktere näher kennenzulernen, die wir nur so am Anfang gestreift haben und wirklich tiefer auf einzelne Figuren einzugehen. Richtig, wir haben jetzt, ja, die einzelnen Charaktere ab und zu im Fokus. Und mir kam es jetzt so ein bisschen vor, dass, ja, wie das in so manchen Krimiserien manchmal ist, so dieser Case of the Day, das kommt jetzt so ein bisschen vor, dass so, ja, kleine Geschichten so zwischendurch passieren, die dann nochmal dafür da sind, um die Charaktere ein bisschen besser kennenzulernen. Also wir starten da nämlich zum Beispiel in der Episode 6 mit, ja, so einer Verfolgungsjagd, will ich es mal sagen, wo es um Schauspieler geht und um das Fernsehen. Und ich finde es einfach so nett, dass die Gargoyles gezeigt werden, wie sie Fernsehen schauen. Ja, ich habe mir zu jeder Episode jetzt passend zu dem Podcast, wie sie weiter starten, wie wir es auch klassisch bei den anderen Serien machen, eine kleine Episoden-Zusammenfassung aufgeschrieben. Können wir uns ja dann vielleicht in den nächsten Folgen auch mal abwechseln. Aber gehen wir vielleicht mal auf The Thrill of the Hunt ein. Man soll nicht alles glauben, was im Fernsehen läuft. Als die Gargoyles die Reality-TV-Serie The Pack im Fernsehen sehen, glaubt Lexington in dem Team, neue Verbündete zu finden. Pech nur, dass das Pack ganz andere Dinge im Kopf hat. Pech hingegen für das Pack, das mit Goliath nicht zu spaßen ist. Ja, sehr schön. Schöner Klappentext. Schöner Klappentext, genau. Das Interessante hier dran ist, dass das Pack schon so, wenn man es im Rückblick in den 90ern sieht, dass Gargoyles sich so mit den Klischees in der damaligen TV-Landschaft beschäftigt. Weil das Pack ist ganz klar eine Parodie auf damalige Superhelden-Cartoon-Serien und Repräsentationen von Comics so in den 80ern, 90ern. Und das bewusst zeigt, wie unterschiedlich doch diese Serie zu den Gargoyles an sich ist. Wir haben hier, Gargoyles hat keine schillernden Kostüme und nicht diese Catchphrases und sowas. Die sind nicht marketinggesteuert, wie vieles zu der Zeit. Und das Pack ist so der komplette Gegensatz. Wir haben hier eine TV-Serie in einer TV-Serie, wo im Klischee gegen die bösen Ninjas gekämpft wird. Wir haben eindimensionale Charaktere, die so dargestellt werden. Und das zeigt so, so wie ich es mir angelesen habe, war es auch ganz typisch für die ganzen Serien und Comics aus dieser Zeit, dass man da nicht mehr Tiefe hat, sondern man wollte nur Figuren verkaufen. Man wollte nur Comics verkaufen. Und das Marketing, Marketing, Marketing dahinter. Ja, genau. Wir haben da sehr plakative Figuren, die natürlich sehr klischeehaft daherkommen. Und im Gegensatz dazu stehen natürlich die Gargoyles, die wir ja jetzt dann auch durch den Pilotfilm ein bisschen kennengelernt haben. Die sind natürlich auch noch wie kleine Kinder so ein bisschen in dieser neuen Welt für die. Die müssen sie erst mal richtig entdecken. Die müssen sich da erst mal zurechtfinden. Und die haben natürlich mit solchen Figuren noch nie irgendwelche Berührungspunkte gehabt. Die wissen überhaupt nicht, was sind das für Menschen. Und die haben ja auch keinen blassen Schimmer davon, was ist da jetzt wirklich echt. Die denken ja, dass das, was im Fernsehen läuft, erst mal Wirklichkeit ist, bis sie dann dahinter kommen. Ja. Und wir haben in dieser Folge auf jeden Fall, beziehungsweise auch im Rest der ersten Staffel-Episoden, haben wir viele Charaktere, die eingeführt werden und noch wichtig für den Verlauf der Rest der Serie sind. Jetzt hier beispielsweise mit dem Puck, mit Jekyll und Hyäna und Wolf und Dingo. Die sind zwar jetzt in dieser Folge alle auch sehr eindimensional dargestellt. Was Schöne ist aber, dass sie im Laufe der Serie, das wirst du noch sehen, wirklich eine Tiefe bekommen und dann richtige Charaktere werden. Und hier werden sie zum ersten Mal eingeführt. Ja, ich hatte mich auch gefragt, also wie gesagt, noch mal zur Erinnerung, der Michael kann sich an diese Serie noch ein bisschen besser erinnern als ich. Und als ich mir diese Folge angeschaut habe, da war irgendwas in meinem Kopf, irgendeine Erinnerung, dass diese Charaktere noch mal auftauchen. Und das stimmt? Ja? Die kommen wieder vor? Ja. Ja? Okay. Die sind sogar noch recht wichtig, beziehungsweise die kommen immer mal wieder vor und spielen immer mal wieder eine Rolle da drin. Okay. Auch das Schöne, wen wir hier als Sprecher von den einzelnen Figuren haben. Zum Beispiel Wolf, der wird von Clancy Brown gesprochen. Wer ist Clancy Brown? Clancy Brown kennt man vielleicht am besten, ja, entweder aus Starship Troopers oder die Verurteilten. Der hat so ein ganz prägnantes Gesicht, wenn man den einmal sieht. Wo hat er zuletzt mitgemacht? Wo man ihn gesehen hat. Ich glaube, er hatte in Lost eine Rolle und hat auch sehr viel, sehr, sehr viel Voicework im Laufe seiner Karriere gemacht. Aber wenn du einmal Clancy Brown googelst, dann wirst du ihn direkt erkennen. Ja, ich erkenne ihn. Der ist so eine Charakterfresse. Ja, total. Ja. Okay. Ähm, na. Wen haben wir noch? Hyäne wird... Ach, der ist Kurgan in Highlander. Da ist er mit... Kurgan, ja, genau. Er ist immer bekannt geworden. Ja, in der Tat. Es kann nur eingeben. Und Jim Cummings, der spricht den Dingo. Und Jim Cummings ist auch quasi eine Legende in der amerikanischen Sprecherschaft. Der spricht zum Beispiel den Nguyenipu im Englischen. Oh, okay. Ja. Was so gut passt. Das passt überhaupt nicht zusammen. Nein, das passt für mich gerade wunderbar, als ich das gesehen habe. Weil unsere Tochter, die jetzt fast zwei Jahre alt ist, die hat ihre Anne Kaffeekanne gefunden. Also meine Schwester, der Sohn, der hat irgendwann zu irgendeiner Zeit von Anne Kaffeekanne die ganze Zeit ein Lied gehört. Immer, immer. Ich konnte dieses Scheiß-Lied nicht mehr hören und ich habe darauf gepocht, das Ellie niemals vorzuspielen. Jetzt hat Ellie von einem Winnie-Pooh-Film, gibt es ein Lied, Everything is Honey, wo Winnie-Pooh alles in Honig sieht. Und deshalb, weil ich jetzt immer bei unserem Google-Sprecher nach Everything is Honey von Jim Cummings frage, ist mir direkt aufgefallen, ah, Jim Cummings, na klar. Ja, aber pass auf, ich habe gerade geschaut, was der denn noch alles gemacht hat und du wirst es nicht glauben. Also Sprecher in Filmen, Scooby-Doo, Ariel, Aladin, König der Löwen, Goofy, Balchow, Glöckner von Notre Dame, Herkules, Anastasia, Ants, Schweinchen-Nams-Babe, Tarzan, Titanae, Eldorado, Atlantis, Shrek, Dschungelbuch, Ferkelsgroßes Abenteuer, Mickey, irgendwas, Ralf Reis. Hör mal, der ist ja überall drin. Ja, klar, deshalb sage ich ja, der ist eine absolute Legende, was das angeht. Und auch Videospiele hat er viele gemacht. Kingdom Hearts, wahrscheinlich auch als Winnie-Pooh. Ja, na gut, wie gesagt, wir haben hier in der Riege der Sprecher von Gargoyles haben wir immer wieder sehr, sehr bekannte Leute drin. Was schön ist zu sehen. Aber auf den ersten Blick, na ja, sieht man hinter dem Namen nicht, was die Menschen schon gemacht haben. Also ich zumindest kann diese Namen mir alle überhaupt nicht merken. Ich muss immer wieder mal gucken, wer was gemacht hat. Aber da ist man dann schon echt überrascht, so ich jetzt gerade. Ja, ansonsten in dieser Folge, ja, also letztendlich, das soll ja so ein bisschen so eine Folge sein, die um Lexington geht. Und der Fokus auf Lexington. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ist derjenige, der sich am meisten hier weiterentwickelt, eher Goliath. Weil Lexington, der kriegt zwar seine Lektionen, er versucht denen zu trauen und wird dadurch enttäuscht, aber Goliath sieht hier quasi ein, sagt er ja auch selber, dass sie sich nicht verstecken können und auch in dieser neuen Welt Freunde wie Elisa machen sollen. Und Lexington hat einfach eine Chance hier ergriffen, neue Freunde zu machen, das jetzt in dem Fall nach hinten losgegangen ist. Was für Goliath aber die Lektion ist, ist, dass die einfach damit nicht aufhören sollten. Für Lexington war es auch ein Never trust anyone again. Also vertraue niemandem und sei einfach ein bisschen vorsichtiger. Ja, und was ich mir auch noch notiert habe, war die eine Szene, wo Elisa Goliath, ja, sie möchte ihn ja beschützen, sie hat die ja irgendwie schon total ins Herz geschlossen und sie rät ihnen, einen anderen Platz zu finden, wo sie sich niederlassen, weil sie auf der Burg einfach nicht sicher sind, weil es Menschen gibt, die Feinde der Gargols sind. Und naja, Goliath ist in dem Sinne aber mal wieder sehr naiv und er ist ja total stur. Also das ist ja der größte Sturkopf, den man in dieser Gruppe hat. Also er ist natürlich ein sehr loyaler, ein sehr gutherziger Gargol. Ich wollte gerade Mensch sagen, das stimmt ja nicht. Also ein sehr gutmütiges Wesen, aber halt unheimlich stur. Ja, ich meine, damit fängt es auch an. Klar, was erwartet er? Die sind in dem Schloss, was jetzt legal Xanathos gehört, ihrem Gegenspieler und er erhofft sich jetzt dadurch, dass sie ihn besiegt haben, dass er für immer weggeschlossen ist. Nee, aber so funktioniert das heutzutage nicht mehr. Und wie dieses Beispiel ja auch perfekt zeigt, hat er nicht damit aufgehört, gegen die Gargols zu arbeiten, solange er im Gefängnis ist. Der große Twist an dieser Sache ist ja, dass das alles auch eine Sache ist. Alles auch Handlungen sind, die von Xanathos eingefädelt worden sind. Ja, richtig. Also da kann man gespannt sein, wie sich das entwickelt. Aber da sprechen wir gleich auch noch drüber. Genau, letztendlich. Es geht weiter zur zweiten Folge. Genau, Episode 7, Die Verführung. Temptation. Temptation. Genau. Brooklyn muss in der Folge Die Verführung lernen, dass nicht alles schwarz und weiß ist, denn Dämona kehrt zurück und überzeugt ihn, wie der Geist der vergangenen Weihnacht, dass die Gargols niemals von den Menschen akzeptiert werden. Mit Hilfe des Grimorum Akanorum soll auch Goliath überzeugt werden. Dumm nur, dass Goliath dadurch zum willenlosen Zombie wird, wie auch übrigens fast theoretisch bis zum Ende der Serie, denn wenn man mal drüber nachdenkt, wie er von dem Zauber erlöst wurde, dass er jetzt so tun würde, als hätte er nie den Zauber aufgesetzt bekommen, ist er rein faktisch gesehen für den Rest seines Lebens immer noch unter diesem Zauber. Ja, stimmt. Ist das ein Fehler? Oder ist das Intention? Ja, das ist halt so. Letztendlich sind wir ja weiterhin in so einem Hybrid aus Kinderserie und ja, Kinderserie, die aber auch an Erwachsene gerichtet ist, sodass natürlich auch die Auflösungen von Problemen nicht zu komplex werden, dass man einfach diesen Weg da wählt. Ja, und interessant hieran ist es auch, wir haben ja diese Gruppe aus verschiedenen Gargoyles und letztendlich ist ja Brooklyn eher der Teenager in dieser Gruppe. Ja, vielleicht sollten wir dazu sagen, womit die Folge so ein bisschen beginnt, also Brooklyn hat da so eine Leidenschaft für sich entdeckt und zwar das Motorradfahren. Der hat zusammen mit, ich glaube mit Lexington, hat er dieses Motorrad zusammengebaut und er ist da wie so ein kleiner Hillbilly-Rocker und saß dann da mit Helm auf der Harley, also die ist wie so eine Harley gebaut oder wie so ein Shopper. Auch sehr gutes Charakterdesign, dass er einfach mal seinen, es passt halt wirklich richtig gut zu ihm und er ist halt wie so ein, ja, wie so ein halbstarker, ne, Prollo-Teenager, der sich da durch die Gegend fährt und ja, er bekommt aber natürlich Probleme. Weil wieder einmal ist er ein bisschen, naja, was heißt unvorsichtig? Er kann ja nichts dafür, dass er angegriffen wird, ne, das wäre ja Victim-Shaming in dem Sinne. Ja. Aber, ja, er wird natürlich dann angegriffen, weil diese anderen Biker, denen er dann begegnet, die sehen in ihm natürlich nur ein seltsames Monster und stürzen sich direkt auf ihn, was ich auch ein bisschen seltsames Verhalten finde. Ja, was aber für die Geschichte natürlich irgendwie wichtig ist, damit nochmal gesehen wird, okay, Menschen sind schrecklich und wir müssen uns vor den Menschen in Acht nehmen und am Ende der Folge, da haben wir natürlich diese Erlösung von Goliath, die du schon angesprochen hast, durch Eliza und da ist dann wieder so diese Moral, ja, aber nicht alle Menschen sind böse. Ja, aber ich meine, es ist schon ein ziemlich heftiges Thema, was für eine Kinderserie hier drin ist. Ja, auf jeden Fall. Die Welt als eine hoffnungslose und deprimierende Welt, in der sich niemand verbessert, so zu sehen. Das ist ja auch das erste Mal. Ja, und in der Anderssein halt auch. Ja, in der, genau. Die erlaubt es sozusagen. Also alles, was fremd ist, wird irgendwie angegriffen. Und das ist schon für, naja, für kleine Kinder, sag ich jetzt mal, ist vielleicht nicht unbedingt total verständlich. Wobei natürlich auch Grundschulkinder schon Ausgrenzung und Mobbing erfahren können. Also das ist natürlich auch nicht untypisch. Und wenn ich so zurückdenke, gab es das auch in meiner Grundschulklasse. Weil sobald du irgendwo... Klar, Kinder können total grausam sein. Ja, sobald du ein bisschen anders bist, sei es ein äußerliches Merkmal oder irgendwie eins von deinen Charakterzügen, wirst du natürlich, ja, werden andere Menschen auf dich aufmerksam und dadurch manchmal halt auch gehänselt oder gemobbt oder halt dann ausgegrenzt. Was natürlich super schade ist, weil irgendwas, was einen besonders macht, das ist meistens eher eine Bereicherung. Ja, aber genau das ist jetzt auch, was Gargoyles einem so ein bisschen durch die Hintertür so beibringen will. Die Gargoyles sind natürlich die Minderheit, die Ausgestoßenen dabei. Und ich glaube, ein besseres Beispiel als jetzt die Gargoyles an sich ist vielleicht, wenn man es rausnimmt, vielleicht sogar Dämoner. Weil in dieser Episode lernen wir zum ersten Mal, also nicht nur zum ersten Mal, wir sehen, was vielleicht vorher mit ihr einmal gewesen ist. Weil im Piloten haben wir theoretisch einen sehr guten Charakter gehabt, der sehr zärtlich mit Goliath umgegangen ist. Und was ist in dieser Zwischenzeit passiert, dass sie zu so einem harten und unverzeihlichen Charakter geworden ist, der die Menschheit verachtet und sich nur um die eigenen Belänge kümmern will. Ja, das ist ziemlich interessant, finde ich, weil sie ja auch die ganze Zeit alleine war. Also sie war ja immer als einzige Gargoyle-Frau auf der Welt. Und das kann wahrscheinlich sehr deprimierend sein. Also wenn du vor allen Dingen von den Menschen immer gefürchtet wirst, was ich mir vorstelle, dass es so war. Aber ich habe immer noch nicht weiter geguckt. Ich weiß immer noch nicht genau, was passiert ist. Also Dämonas Story wird so unglaublich vielschichtig noch werden. Ja, ist ja auch kein Wunder, wie viele Jahre sie halt einfach auf der Welt war. Also wie alt sie einfach ist, was sie alles erlebt hat, wenn man das geschichtlich einfach schon zurückspinnt. Was sie alles erlebt hat, mein Gott, das ist halt wie bei Vampiren auch, wie bei Vampirgeschichten. Ja. Was die alles erlebt haben und so. Und das finde ich immer total spannend. Und das sie, das, das meiner Meinung nach spürt man das auch ziemlich in diesem Charakter schon heraus. Es ist nicht so, man merkt, dass sie geschrieben wurde mit einer Geschichte im Hintergrund. Man merkt, dass sie geschrieben wurde mit etwas, was in ihrer Vergangenheit lag und dass sie deshalb entsprechend nicht eindimensional ist. Ja. Obwohl sie hier natürlich teilweise recht eindimensional, ja, auch verräterisch agiert. Ja. Ich meine, ein etwas älterer, erfahrener Gargol hätte wahrscheinlich direkt durch ihre Posse hindurchgeschaut und gewusst, dass sie, was sie da vorhat. Aber ja, wie ich eben schon gesagt habe, ist ja eigentlich, Brooklyn, derjenige, der Teenager unter den Gargolts. Wir haben Broadway und Lexington, die eher so die Kiddies sind. Dann Brooklyn, der der etwas ältere ist. Und dann haben wir Hudson und Goliath, die, ja, ich meine, selbst Goliath ist ja noch jemand, ein Anführer, der noch viel lernen muss. Und Hudson, einer, der mal ein weiser Anführer war, was man jetzt in der nächsten Episode ein bisschen mehr sehen wird, aber jetzt einfach nicht mehr die Kraft dafür hat, die Gruppe anzuführen. Ja. Genau, aber auch hier, beide Episoden haben so ein bisschen das Thema Manipulation in sich. Weil einerseits haben wir Xanathos, der durch das Pack die Gargols wieder manipuliert und hier haben wir Dämoner, die ähnlich wie Xanathos drauf ist und versucht, die Gargols für ihre Zwecke zu manipulieren, um Goliath zurück auf ihre Seite zu bringen. Was sie natürlich selber weiß, dass das kein echtes Zurückbringen ist, sondern das nur ihren Willen zu unterwerfen. Ja, das stimmt. Das ändert sich dann tatsächlich ein bisschen in Episode 8. Da wird das Thema ein bisschen anders. Da geht es dann wieder mehr Richtung Bösewicht. Also, Episode 8 Tödliches Geschäft. In ein tödliches Geschäft erfüllt Gargols seinen Auftrag als Kinder-Animationsserie und zeigt, wie gefährlich Waffen sein können als Broadway nach einem Kinobesuch versehentlich Elisa anschießt. Während er in Schock und Scham nichts sagt, glauben Goliath und Co., dass Anthony Dracon ein Mafiaboss hinter dem Anschlag steckt, der von Xanathos eine Reihe von Waffen gestohlen hat. Ja, Waffenschmuggel, Waffenraub, Waffengeschäfte. Ist für Kinder vielleicht nicht so unbedingt greifbar. Finde ich aber auch ganz interessant, wenn man das so mit irgendwelchen anderen Strukturen dann irgendwie vergleicht, irgendwelche Mafia-Strukturen und solche Dinge, dass das halt auch in so einer Serie einen Platz findet. Ja, und ich finde, ich habe diese Folge immer mal wieder als Folge im Kopf, die ich so oft gesehen habe und dann irgendwie dann keine Lust habe, die Folge noch mal zu sehen und wenn ich sie mir anschaue, bin ich immer wieder beeindruckt, wie feinfühlig diese Serie, diese Folge an das ganze Thema rangeht und damit umgeht und auch mit der Wut umgeht und der Verzweiflung, die dann Broadway am Ende durchleben muss, die Schuld, die er hat. Es gibt natürlich diesen B-Plot mit Anthony Dracon, der auch später in der Serie auch immer mal wieder auftauchen wird. Also hier haben wir auch wieder eine Welt, die eingeführt wird, die wichtig ist auch für den späteren Verlauf der Serie. Aber letztendlich geht es ja hier um Broadway und auch sein Ankommen in der Moderne, weil es ist, alles ist ja passiert wie, ich meine, es ist ja nicht anderes, wie es Kinder auch so denken würden, wenn sie nicht, wenn man ihnen das nicht beibringt, das, was sie im Fernsehen sehen, ist auch wieder dann zurück zum The Pack, dass nicht alles real ist, was man im Fernsehen sieht oder dass man auch nicht alles so nachmachen darf. Wenn wir an die Klischee-Western denken oder so bei Spencer und Co., wo Leute einfach umgehauen werden, natürlich im Spaß, und dass Kinder dann Cowboy und Indianer und sowas früher gespielt haben und mit Waffen hantieren, wo man denen dann aber beibringt, dass das Echte beibringen muss, dass das Echte eigentlich kein Spaß ist. Ja, ich hatte mir auch noch notiert diesen Satz What is real and what is not. Das hat Hudson gesagt, ne? Es ging ja darum, der Broadway hat sich im Kino einen Western angeschaut, schon zum x-ten Mal, weil er diesen Film so toll fand und ah, Cowboys und Schießerei und bumm bumm, super, ja, und Popcorn natürlich. Ja, aber ich finde es einfach so interessant, dass so eine Aussage von Hudson, ja, man weiß ja heutzutage gar nicht mehr, was real ist und was nicht. Und das halt in den 90ern, das finde ich halt so herrlich, weil, stell dir mal vor, die Gargoyles würden heute erwachen in New York, das wäre noch viel krasser, ja? Ja. Also, die Möglichkeiten in den 90ern für unsere Millennials, die wissen das noch, so ganz frisch geschlüpfte Küken wissen das nicht mehr unbedingt, da gab es gar nicht so viele Möglichkeiten, da gab es das Fernsehen, da gab es Kino, aber es gab keine Smartphones oder Tablets oder sonstige Digital Devices, in die man sich in andere Welten flüchten kann, also von VR mal ganz abgesehen, aber wenn man heutzutage so einem Gargoyle dann so eine VR aufsetzen würde, der würde ja dann direkt denken, oi, wo bin ich? Jetzt bin ich woanders. Da sind wir bei dem alten Spruch, dass Technologie nicht von Magie zu unterscheiden ist, wenn man nicht das Wissen hinter der Technologie hat. Ja, genau, also ich meine, das gilt natürlich auch für alle anderen zeitreisenden Menschen, ja, wenn sie jetzt im Jahr 2020 hier aufkreuzen und sehen, oh, was für Möglichkeiten oder, also da ist man doch erst mal erschlagen von so viel. Aber an sich, wie gesagt, diese Episode finde ich schon, ich finde die wunderbar geschrieben, wunderbares Porträt, auch die ganze, die ganze, wenn man darüber sprechen kann, die Kameraführung in dieser Episode, allein die Szene, wo Broadway dann versehentlich den Schuss loslässt. Ja, genau. Das ist ja schon sehr cineastisch und dramatisch aufgebaut, wie man es sonst auch von dieser Art der Serie vielleicht nicht kennt. Ja, man sieht halt erst Broadway, wie er da mit der Waffe steht und wie er noch gar nicht realisiert hat, dass sich ein Schuss gelöst hat, ne, also so, äh, okay, und dann Eliza, Eliza, und die Kamera schwenkt halt so rum, sozusagen, ne, und man sieht halt die Küche und man sieht die Pfanne oder was da auf dem Herd steht und dann, ähm, wird die Situation erst aufgelöst, ne, und ich kann mir vorstellen, okay, als Kind, du sitzt da vom Fernsehen und denkst dir, oh Gott, wo ist sie, was ist passiert? Oh nein! Ne, und dann hat man erst so, äh, und ich könnte mir sogar vorstellen, dass man, also, wenn man auch als Erwachsener jetzt irgendwie die Serie anfängt, dann merkt man schon, okay, die Serie ist ein bisschen ernster, also, man könnte schon denken, okay, es könnte wirklich was Schlimmes passieren mit den Hauptcharakteren, ne, dass nicht alles immer so glimpflich abläuft und, was ich ganz toll finde, ist, dass, ähm, in der nächsten Folge, ohne jetzt so viel vorwegzunehmen, aber in der nächsten Folge sieht man Eliza halt auf Krücken und das finde ich ganz wunderbar, weil einfach die Zeitspanne dadurch klar ist, wir haben eine Kontinuität, die Kontinuität natürlich dadurch auch und man, man sieht halt, ach so, okay, sie ist jetzt aus dem Krankenhaus entlassen, sie kann schon wieder rumlaufen, aber halt noch auf Krücken, ähm, aber das ist halt so rund für mich, ne, dass es einfach weitergeht, so, und nicht da, dass sie einfach wieder so rumläuft, so, als wäre nichts gewesen, ne. Und, äh, eine Sache, die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, nachdem ich mich so ein bisschen bei den Episoden dann durchgelesen habe, durch alte Analysen und Reviews, ähm, es ist ja auch, also diese Serie hat für eine Serie der 90er, vor allem die Tattoon-Serie, echt enorm viel Diversität und Fortschritt drin, wenn man schaut, der Käpt'n von Elisa ist auch eine Frau, ja, ja, eine, eine Latina, äh, haben wir hier, äh, ähm, ja, ist Elisa ja, ne, ist sie nicht auch? also sie ist, äh, sie ist teilweise, ähm, äh, teilweise Afroamerikanerin, als auch, äh, teilweise Native, als auch Indianerin quasi, Ureinwohnerin. Ah, okay, so war das. Ja, genau, äh, und, das ist, also, wir haben hier Frauenfiguren, Frauenfiguren drin, die für diese Zeit einfach, äh, meiner Meinung nach schon wegweisend waren in dem, äh, Genre und was aber auch von den Machern der Serie gepusht worden ist, dass man, ich meine, allein wenn man dieses ganze Thema um die Gagels, die in der neuen Zeit auch wachen und in Minderheit sind, mit reinnimmt, aber dann auch noch so feinfühlig in der Porträtierung der Menschen ist, zeigt das schon, was für Leute, äh, hinter dem Ganzen sitzen. Ja. Na. Genau, ähm, jetzt kommen wir allerdings, äh, zu, ja, vielleicht im Tiefpunkt der ersten Staffel, einer Folge, die sowohl von den Animationen als auch von der Geschichte eher einfach gehalten sind. Macbeth tritt auf in der vielleicht, wie ich es gerade schon gesagt habe, schlechtesten Episode der Staffel, äh, als einer der wichtigsten Gegenspieler der Serie, was leider dann schade ist, denn eben, äh, dieser bietet sich Xanathos als Kammerjäger an, der übrigens frisch aus dem Gefängnis entlassen wurde und nach kürzer Einführung und Jagd durch Macbeths Schloss ziehen die Gargoyls dann an, endgültig aus Xanathosburg aus, um den Spielchen von ihm zu entkommen. Haben wir gar nicht in der letzten Episode mit, äh, reingenommen, dass Xanathos aus dem Gefängnis entlassen, äh, worden ist. Sechs Monate sind seitdem vergangen. Ja, aber das ist auch eher so, ich fand das sehr beiläufig, so. Mhm. Ne, es war jetzt kein Hauptplot, sondern das war so, ach ja, ich bin jetzt wieder draußen, so. Ja. Genau, ich meine, man hat ja immer mal wieder gesehen, auch durch die, ähm, die Mobster-Episode und durch das Pack, dass Xanathos doch irgendwie seine Ränke im Hintergrund gezogen, gezogen hat und, äh, dass er nie ganz von der Bildschirm, äh, Bildbleche verschwunden ist und, äh, dass Goliath dieses Thema vielleicht auch zu bewusst ignoriert hat und das ist vielleicht das Wichtigste, was in dieser, äh, dieser, dieser Episode stattfindet, deshalb habe ich mich auch nur darauf beschränkt in, äh, in meinem Rückblick, dass jetzt die Einsicht kommt, okay, wir können nicht im Haus unseres Feindes schlafen, äh, sonst kommen wir dem nie, was er mit uns vorhat. Dementsprechend läuft diese Episode ja auch ab. Das Erste, was Xanathos macht, ist diesen ominösen Menschen zu engagieren, um einen neuen Gegenspieler gegen die Gargoyles auszutesten. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ähm, du hast es jetzt als schlechteste Episode betitelt und ich muss auch sagen, die Episode gefiel mir auch einfach nicht gut. Mhm. Weil einfach dieser Macbeth, der ist im Gegensatz zu allen anderen Charakteren total flach erst mal. Ja. Obwohl er halt, äh, er macht ja viele Andeutungen mit Dämonen, ähm, und, äh, versucht da halt so diese Geschichte so ein bisschen drauf zu lenken, aber dennoch, ja, irgendwie hat mir da was gefehlt. Ich weiß zwar nicht genau was, aber... Ja. Ne, es ist, es ist, wir haben einen sehr eindimensionalen Plot. Wir haben eigentlich nichts anderes, als das, äh, der sich Xanathos anbietet, die Gargoyles entführt und dann wird in schlechten Kämpfen im Schloss gegen ihn gekämpft. Und das war's auch. Ja. Mehr passiert hier nicht. Wir erfahren nicht viel über ihn. Er bleibt absolut blass als Figur, was ich schade finde, denn, ich hab's ja grad schon gesagt, er ist einer der wichtigsten Figuren dieser Serie, vor allem in Andeutung Richtung, äh, Dämoner und er zeigt eigentlich auch alles, die Serie spielt ja immer wieder mit shakespeerischen Motiven. Und Macbeth ist ja eine ganz klare Andeutung auf das Werk von Shakespeare. Dementsprechend ist es schade, wie diese Figur zwar als ominöser Gegenspieler, aber wie sie überhaupt eingeführt wird, weil man erfährt nichts von ihm und er bleibt, wie du grad gesagt hast, absolut blass. Man erfährt zwar, dass er Dämoner ihren, also, dass Dämoner ihren Namen von ihm bekommen hat und er bezeichnet sie auch als Königin. Ja. Das sind auch nochmal so ein paar kleine Keywords, die man sich vielleicht für später irgendwie merken kann. Äh, ja, aber wie gesagt, mehr, mehr ist aus dieser Episode, auch die Animationen, ich meine, man sieht ja, nach den ersten fünf Episoden schwankt die Animationsqualität schon stark. während wir, ähm, während zum Beispiel, ja, das Puck, das ging noch, aber eher schlecht. Die beste unter diesen Episoden war schon, ähm, schon das tödliche Geschäft, die auch passend zur Story richtig gut animiert, äh, wurde, aber es, die Gesichter passen manchmal einfach nicht zu dem, was da abgeht. Die Action ist sehr simpel gehalten und ja gut, aber es ist die erste Staffel und einen, einen, äh, einen Fehlschlag darf man sich erlauben in dem Ganzen. Apropos Action, also die nächste Folge, unsere Kopf-an-Kopf-Rennen, die Edge-Folge, äh, die ist ja auch sehr actionreich, ähm, aber bei der Folge muss ich auch sagen, die fand ich jetzt auch nicht so berauschend, ehrlich gesagt. Ja, worum geht's? In, äh, Kopf-an-Kopf-Denk-Sanathos gar nicht daran, die Gargoyles in Ruhe zu lassen und bringt den stählernen Clan zurück, um den Ruf der Gargoyles durch den New Yorker Dreck zu ziehen und gleichzeitig einen aufs Tooney Stark zu machen, um sich selbst zu beweisen, dass er es noch drauf hat. Gleichzeitig lernen wir Elisas neuen Partner Matt Bluestone kennen, der sich mit heutigen Aluhut-Trägern sicherlich gut verstehen könnte, wenn diese recht hätten, in Klammern. Ja, wir können dann ja Wendler nennen. Ja, also, sagen wir mal so, die, ähm, Gargoyles, die verarbeiten im Laufe der Serie ja schon verschiedene Mythen und auch so Verschwörungstheorien, ähm, wie die Steinmetze und ähnliches wird, wird später noch vorkommen. Wird später noch vorkommen und die werden keine geringe Rolle haben und deshalb ist Matt Bluestone als Charakter schon relativ, äh, wichtig. Alles, was in dieser Episode kommt, es wirkt zwar einigermaßen kurzweilig, aber wenn man so über die einzelnen Teile nachdenkt, ist da schon viel mit drin. Ähm, ja. Ja, also diese, ähm, diesen Iron Man Vergleich finde ich auch ganz, äh, herrlich, weil das passt wie die Faust aufs Auge, ne? Der, äh, Xanathos, der wirklich oben hoch in seinem, äh, Turm sitzt, wie Tony Stark natürlich, ähm, ich würde voll gerne mal wissen, ob das, äh, ob Iron Man so ein bisschen das Vorbild dafür war, für diesen Charakter, weil, so, die Attitüde ist ja komplett Tony Stark, also sollten die Gargoyles jemals verfilmt werden, ich wüsste dann Schauspieler, der Xanathos spielen könnte. Du, ähm, das, das war ganz bewusst so gewesen, dieser, dieser schnurrbartragende Billardär, Milliardär, äh, der auch noch ein technisches Genie ist, also, ich weiß, dass das an Tony Stark auch angelegt war. Also, ich bin ja eh, ne, für eine Gargoyles-Verfilmung, aber da haben wir uns ja auch schon, ich glaube, in unserer ersten Episode darüber unterhalten, es ist sehr schwierig, das umzusetzen, ohne dass es albern aussieht. Ja, ähm, Xanathos wird ja gesprochen von Jonathan Frakes. Ja, bei der halt auch vom Aussehen her passen würde, finde ich. Der, der, der passt auch vom Aussehen. Was mir jetzt auch gefallen ist, im Zuge dessen, äh, da ich mit dem Jan in den letzten Wochen Lower Decks besprochen habe, wo jetzt zuletzt Jonathan Frakes sogar ein Cameo hatte, als animierte Variante, hört man ihn hier in Gargoyles, mehr als Jonathan Frakes raus, wie bei Lower Decks, weil bei Lower Decks haben sie, glaube ich, seine Stimme noch ein bisschen höher gepitcht, aber hier, wenn man es im Englischen sich anhört, das ist eins zu eins Jonathan Frakes aus TNG, wie er auch den spricht, mit diesem schleimigen und schmierigen, äh, Gehabe, was, äh, äh, was dahinter ist. Es, äh, passt schon sehr gut. Aber ja, wie gesagt, also, wenn man sich so die Einzelteile hier anschaut, natürlich, die Gargoyles sind im, ähm, im Polizeiturm angekommen. Sie müssen sich auf ihre erste Situation außerhalb ihrer Heimat, äh, einstellen. Sie waren immer an das Schloss gebunden, das ist jetzt nicht, nicht mehr so. Und dann, zu allem Überdruss, will sie Xanathas doch nicht in Ruhe lassen, weil er jetzt ein Kontrollfreak ist und, äh, beweisen möchte, äh, ja, ihr seid nur bei mir sicher. Und was macht er? Er macht eine klassische Medienkampagne, er zieht sie durch den Dreck, dadurch, dass er den Stellen an den Clan wieder rausholt und, äh, das in verwischten Kameraaufnahmen suggeriert, dass wirkliche Gargoyles in New York unterwegs sind. Also, es ist wirklich eine klassische, äh, Schmier, Schmierkampagne, die er mit reinbringt, fast heutzutage, äh, echt in diese, in diese Trump-Ära schon ziemlich gut reinpasst. Ja, wer hätte das gedacht? Aber, ja, das hat natürlich recht. Ja, und dann Xanathas, Hetzkampagne, genau, und dann, äh, Xanathas, natürlich, wir, wir kriegen noch so eine Facette von ihm wieder mit, weil bisher ist er für uns ja auch eher so ein, so ein mysteriöser Gegenspieler. Wir wissen nicht ganz, was er will, wir wissen nicht ganz, was seine Motive sind, ähm, und trotzdem scheint er, es scheinen ihm solche Sachen wie, ob er es noch drauf hat, also die ganze Episode geht es ja eigentlich fast nur darum, das einzige Motiv, warum er das macht und dann gegen die Gargoyles antritt, ist natürlich nicht nur, um sie zurück ins Schloss unter seine Kontrolle zu bringen, sondern um sich, die Überraschung, um sich selber zu beweisen, dass er es noch drauf hat, gegen jemanden, nach, selbst nach der sechsmonatigen Gefängnisstrafe, gegen jemanden wie, äh, Goliath anzutreten. Ja. 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 Dann, dann haben wir, äh, Matt Bluestone, der, also den finde ich schön eingeführt, natürlich wirkt er jetzt hier auch noch ein bisschen eindimensional mit seinen Verschwörungstheorien, mit der, den er ankommt, aber hier kann ich auch schon so viel verraten, dass es nicht dabei bleibt, also der hat, äh, viel, viel Recht und nimmt auch noch eine wichtige Rolle in, äh, den ganzen Leben der Figuren, äh, hier ein. Und deshalb, allein, das hier haben wir auch wieder eine Episode, die relativ gut animiert ist, das haben, die Animationen haben mir hier schon echt gut gefallen, allein mit dem stellernden Clan und dem Kampf, den die da haben, das so ein bisschen, ähm, mich sogar teilweise an Spider-Man und X-Man die Filme erinnert, wie die bei der Freiheitsstatue dann kämpfen und auf der Brücke da unterwegs sind, das, äh, hat so diverse Parallelen zu Marvel-Filmen, die zu der Zeit noch gar nicht gedreht worden, äh, sind. Deshalb ist das für mich schon eine, einerseits sehr kurzweilige Episode, weil man kann sie runtergucken, aber wenn man, äh, versucht so ein bisschen zu analysieren, analysieren, ist da schon relativ viel Tiefe drin. Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie sich die Charaktere dann so entwickeln. Aber du hast eben Jim gesagt, kann das sein? Was? Hast du nicht eben Jim gesagt? Der heißt Matt, ne? Matt? Ja. Ach so, äh, Entschuldigung. Weil ich glaube, du warst noch, äh, bei Jim Cummings so ein bisschen. Ja, 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 kann, kann, kann gut, kann gut sein. Matt Bluestone. Ja, ja, gut, aber, ähm, ja, also, letztendlich, hier, hier gehen wir wieder zurück, äh, letztendlich ist es ja, sind immer wieder in diesen Episoden, werden Aspekte, vor allem den von Goliath, äh, beleuchtet, so, dass er damit lernt, mit diesen neuen Situationen, äh, umzugehen, ähm, und der, deshalb ist er auch einer der stärksten Charaktere der, der Serie, der auch unglaublich gut weiterentwickelt wird. Und meiner Meinung nach, wenn man es jetzt so ein bisschen das Fazit, die fünf Episoden nach, äh, nach dem Staffelauftakt, nach dem Piloten sieht, äh, zeigt die Serie schon ihr ganzes Potenzial, wie sie auch in Subtönen und zwischen den Zeilen mehr ist als nur eine Kinderanimationsserie. Ja, richtig. Also, ich finde auch, dass jetzt in diesen, ja, ersten fünf richtigen Episoden nach dem Pilotfilm, ähm, die verschiedenen Charaktere nochmal tiefer beleuchtet werden. Natürlich liegt der Fokus da auf Goliath und auch auf Eliza, ähm, und, ne, was, was auch bei Eliza so passiert, also, ne, mit dem Polizeipräsidium, dass man da auch so ein paar Einblicke bekommt, gerade jetzt so in den letzten, in den letzten beiden Folgen. Ähm, und das ist schon sehr spannend. Also, es sind ja wirklich auch viele Charaktere, ne, ich glaube, es könnte am Anfang vielleicht auch ein bisschen verwirrend sein, ne, so mit diesem Waffenschmuggel und da sind dann dieser Assistent von Xanathos und dann dieser Macbeth, der auf einmal auftaucht und da fragt man sich erst, okay, bleibt der jetzt für immer oder verschwindet der wieder oder was, was ist da los? Ähm, aber das ermutigt einen auf jeden Fall zum Weiterschauen. Man will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, vor allem diese ganzen Andeutungen, die es immer wieder gibt, gerade bei so interessanten Charakteren wie so eine Dämona, die natürlich, gerade dadurch, dass sie die einzige weibliche Gargoyle ist, äh, dadurch auffällt, ne, möchte man natürlich wissen, okay, was ist jetzt ihre Geschichte? Könnt ihr da mal mit jetzt rausrücken? Ähm, ja, also durch diese vielen kleinen Andeutungen und diese kleinen Fäden, die überall rausgucken aus diesem Erzählstrang, möchte man einfach tiefer eintauchen in diese Welt. Ja, und zumindestens, wie auch schon in der ersten Folge gesagt, äh, bietet die zweite Staffel und der Rest der ersten Staffel auch noch viel Potenzial, aber die erste Staffel ist für mich wirklich so die Einführung in die Welt, die, so ein bisschen die Vertiefung der Welt, die Etablierung verschiedener Charaktere, äh, die jetzt hier mit reinkommen und, ähm, letztendlich das, das Aufstellen der verschiedenen Figuren. Hm. Ja. Ja. Dann sind wir ja schon bald bei Folge 11. Mhm. 11 bis 15. Nee, gar nicht wahr. Es hat ja gar nicht 15 Folgen. 11 bis 13. Deshalb machen wir 11, 12, 13 und dann noch passend die erste Folge der zweiten Staffel und die zweite Folge der zweiten Staffel sind dann dabei. Es sind ja nur 13 Folgen, ich dummi. Wie weit hast du schon geguckt bisher? Bis Folge 12. Bis Folge 12? Ja, genau. Bis Folge 12. Also ich werde jetzt noch mal, ähm, die Folge 11 schauen und dann noch mal Folge 12. Ja, dann 13, die Staffelfinale und dann die Folge 1 und 2. Wunderbar. Und wenn ihr uns jetzt auch weiterhören wollt und vielleicht Interesse daran habt, das Ganze streamt aktuell auf Disney Plus und wird da auch bleiben, ich kann die englische Tonspur empfehlen und wer dann vielleicht auch noch Lust auf andere Sachen von Nerdizismus hat, dem können wir weiterhin unseren Monatsplan empfehlen, den wir regelmäßig auf unseren Social-Media-Kanälen posten und dann natürlich, wenn ihr euren eigenen Input vielleicht zu diesen Folgen bringen wollt, schreibt uns gerne unter dieser Episode auf Facebook, Twitter und so weiter an info at nerdizismus.de oder an die WhatsApp-Adresse 01525 964 7709. Ich lese das Ding übrigens seit 12 Episoden oder 15 Podcasts vor. Ich habe es auch noch nicht auswendig gelernt. Also von daher. Ich wollte noch kurz ergänzen, dass ihr, falls ihr jetzt kein Disney Plus habt und nicht extra wegen den Gargoyles diesen Monatsbeitrag bezahlen möchtet, dann gibt es die Folgen auch gerade kostenlos auf YouTube. Da habe ich sie auch gefunden. Da gibt es die dann zwar nicht im ganzen Video, sondern die sind dann immer so eingeblendet. Ihr kennt das vielleicht von anderen Sachen, die man ab und zu auf YouTube guckt. Kann man sich aber da gut anschauen und die sind dort auch auf Englisch. Die legale Variante nicht gerade, aber sie ist verfügbar. Ja, ich meine, es ist auf YouTube. Ja, klar. Ja, klar. Genau. Da kann man sich, da war es auch jahrelang, bevor Disney Plus gestartet ist. Genau, ich denke mal, das sind dann auch diese alten Folgen. Ja, aber wenn ihr das natürlich in ein bisschen qualitativ Höherem anschauen möchtet, dann empfehlen wir euch natürlich Disney Plus, weil da könnt ihr euch die Sprache dann auch aussuchen. Ich gucke das momentan auf Deutsch, weil das ein bisschen angenehmer ist und ich das halt als Kind auch auf Deutsch geguckt habe. Und die Deutsche Synchro ist auch weiterhin sehr gut. Ja, wir hören uns dann, das hier läuft jetzt im November, wir hören uns dann im Dezember wieder zur nächsten Folge. Genau. Und ihr könnt ja bis dahin weiterschauen. Wahrscheinlich werdet ihr, wenn ihr gehuckt seid, sowieso die Serien 1 durchbingen und uns dann irgendwann nachher hören. Vielen Dank, vielen Dank, dass du wieder mit mir gesprochen hast. Ich freue mich immer auf die Episoden und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ich freue mich auch. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017